Hallo. Hallo. Oh, weiterer Wand. Wir wurden entdeckt. Ach mal, ja, ich bin jetzt schon tot. Oh mein Gott, macht der Schaden! Ich auch. Oh, links. Wie ist der Schockpfeil denn so stark? Neon ist low, ich hab den Headshot mit der Classic gegeben. Letzter Leben der Vermündeter. Okay. Wait, what? Ich hab nen Headshot-Sound gehört und... Ich hab hier 22 Buddy gemacht. The fuck? Ich werde sich daran erinnern, dass sie nur Menschen sind. Wir haben keinen Duellisten. Ach doch, die Dings mehr. Ja, gute. Aber wir haben auch noch... Ne, wir haben zwei Duellisten. Neon ist ein A-Gang, wenn's für dich interessant ist, Flo. Kann man denn Breach und eigentlich auch... Kann doch B gehen. ...Duellisten zählen. Ja, so gesehen. Ist eigentlich fast scheißegal, keinen Duellisten zu haben, ne? Nur kurz gucken. Hier. Aua. Ah. 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 Er wächst halt immer noch. Dann pusht ihn doch. Scheiß Dreischuss. Ja, bin ich. Spot! Ah! Ich brauche einen Marsch in Vorsicht. Vorne und Mitte. Das war kein Dash. Jetzt ist aber der Dash. Die kommt da durch. Scheiß. Das war kacke. Neon ist blau. Oh. Und einer von hinten, ja. Wie teuer sind ihre Skills eigentlich? Weiß das jemand? Ne. Ähm. Geld? Nein. Nein. Quit. Ich glaube, sie hat sogar zwei Bände. Oder... Ist das falsch? Zwei kaufen, oder was? Ja. Oh, das wäre ja mies. So. Ja, das war gut. Aber rüber nach A. Ja, na? Ja. Auch unbekannt. Da hört einer. Was ist der denn schon hier? Ich hab Smog'n gesmog'ed. Ich hab'n Smog'n gesmog'ed. Bitte? Ja, ich seh's. Swipe steht. Ich hab'o. Ich hab'o. Ich hab'o. 117 Viper. Nice. Scheiße. Halles, ey. Platziere Nanoschwarm. Nanoschwarm raus. Ah. Ne. 2 Mitte. 280. Äh, T-T durch. Mit uns spawnen. Letz' beiden Mitte. 70 AP. Ach, da ist er auch. Ach, da ist er auch. Der kommt nimmer. Der ist bei dir. Äh. Äh. Flo. Ey, die Triggerdisziplin war da. Und er macht so'n scheiß Headshot. Das wär' ich sorry. Endlich. So gewinn' ich gern. Hey, gute Arbeit. Ist der durch meine Mine durchgepusht oder was ist da passiert? Der Samet stand Mitte und hat die Cypher durchgehen lassen ohne dass er's merkt. Und dann flickt der Breach und gibt den Headshot. Cypher? Äh, Cypher hat ihn nicht bemerkt glaube ich. Oder es war andersrum. Auf jeden Fall ist der erste nicht bemerkt und er hätte beide kriegen können, aber der Flick des Todes. Aua. Cypher Kamera zerstört. Cypher Falle zerstört. Ran. Jetzt. Nice. So, bitte Fatze. Rechts. Ich geh was spawnen. Nein! Push doch jemand drauf, Giz! Komm, Mitte. Letzter lebender Verbündeter. Der Sam Spawn. Ist keiner gegangen oder was? Spawn in Mitte. Ja doch, ich war aber leidenhaft. Ich bin über Spawn gegangen, weil wir doch zwei Spawn waren. Die sehen aus wie wir, aber sind sie es auch? Ich war doch zu bei denen. Ja. Passiert. Äh, ich kann nicht. Ich mach eco. Ich mach eco. Holy shit, was ist denn denn so viel am shit-talken? Da hat er aber ein Problem in seinem Leben. Lass mal melden. Mute ich doch mal. Das interessiert mich so da. Der schreibt nur Bullshit. Der hat, glaube ich, ein kleines Ego. Tut mir leid für ihn. Wir haben nur aber Pistols, ne? Also... An der Stelle würde ich schnell gehen. Ach ja, pusht du mich wieder. Der Elbow ist ja... Okay. Zwei Meter. Okay. Hat einer vielleicht ne Schiene? Ich hab mir den Finger... ...mehere Finger eingequetscht. Tut mir leid. Soll ich dir kaufen, Samet? Ja. Ja. Der Chris, das hat der... Der hat die Twitch-Moneys. So. Mach schnell drauf. Ja, dann mach aber Smogs. Wow! Boah! Boah! Wer Flashes? Das haben wir nicht. Zwei rechts, zwei rechts, zwei rechts! Zwei rechts, zwei rechts! Zwei los! Boah! Wie tut das denn? Go, go, go! Einer im Mittelsober. CT, einer. Mach einer Smog oder... Kein Entkommen! Wieso... Macht der denn... Hat der mich gesehen? Der hat voll auf mich gezielt, obwohl er nicht sichtbar war. Äh, stopp. Nur auf Samet, glaub ich, gegangen. Ne, der letzte war für mich. Weil Samet war doch hier und ich war hier. Er stand direkt neben dir. Ja, aber guck mal, hier, hier. Und wenn du den Winkel nimmst, zielst du nicht in die Ecke. Ja, aber da unten war die Nieren. Das haben wir doch auch hier. Ja, aber er hat auf mich gezielt. In der Ecke. Lade nach. Äh, kaufen wir. Äh. Vielleicht. Ich sag nicht rein. Der kommt unterwegs. Geschützturm steht... Lade nach. Nein. Gelassen. Okay. Go, go, go. Ja, ich bin noch hier. Aua. Nein. Rechtshide. Rechtshide. Nein, ich... Nein, das kann mir nicht erklären. Rechtshide. Rechtshide. Ich bin gestunnt. Ach, hinter uns. Scheiße. Ich hasse Breach. Und Breeze. Wann aber nochmal A versuchen? Ich hab ne Wall. Ignorier's um. Jo. Ja, weil wir nicht so viel Geld haben, ne? Machen wir Ecke oder kaufen mehr? Ecke. Heißt sie auseinander. Mach direkt. Mach direkt. Hm. Hm. Tch. Go, go, go. Planter. Hm. Ich bin außerhalb der Tore. Mach direkt. Du weit steh. Nein. Schlapp dich her. Schlapp dich her. Reach hinter euch. 50. Ich bin gerade abgehauen. Defuse. Defuse. Ich hab gezündet. Er ist tot. Letzter lebender Verbündeter. Du dachtest, du wärst sicher. Bombe legt nicht viel. Ja. 23 nur und er macht vier. Aufgeholternde werden wir. Läuft nicht. Nö. Zählt auf ihre Schwachpunkte. Äh. Mitte. Wenn er blieb bricht, wird der Rest folgen. War nach A oder was? Nach umbekannt. Achso. Nach A, dann muss ich jetzt zurück. Zeit für Explosionen. Können auch einfach langsam machen. Dass die alle verschieben. Willkommen in meiner Welt. Oh. Oh fuck. Oh fuck. Oh, die Ult wird wahrscheinlich A sein. Gestunt. Window. Holy shit. Was ist das für ein Sound gewesen? Weiß nicht mehr. Oh. Hinter uns. Achso, du bist hier. Hinter uns war einer. Gehen wir jetzt A? Der Cypher war da irgendwo. Wo du bist. Wo war der Cypher? Letzter neben der Verbündeter. Spike in Mitte. Ich weiß genau, wo ihr seid. Ach, das ist dumm jetzt. Noch 30 Sekunden. Ich glaube, der ist durch deine Smoke gepusht. Wie? Macht der Sci-Fi eigentlich keine Fallen? Doch. Ich hab immer nur Smokes gesehen bei ihm, aber gut, ich bin auch durchgeportet. Wow. Warum macht er den Scheiß? Oh, warum macht er das? Willi. Ach! Kein Lack der Hölle, hallo. Push. Letzter lebender Verbündeter. Oh nein. What? Okay. Schön hier, aber hier sterben will ich auch nicht. Gewinnen wir und dann ab nach Hause. Kommen wir schon wieder, ne? Haben wir nicht gerade geequat? Kauflets nochmal. Kauflets nochmal. Ich will hier holen. Ich glaub, das ist ein bisschen was. Okay. Ich bin nicht weg! Don't die. Wow. Let's go! Ha! Easy! Ah! Mitte spawn! Beides zwei spawnen. Mitte zwei spawnen. Operator spawn. Mehr Infos hab ich nicht. Der war die Operator. Uh, dann äh... Robo kommt zurück. Confusing. Er guckt, äh, Dings guckt links. Den er sammelt. Draufgeschissen. Der muss eigentlich hinter sein, oder? Ist er abgehauen. Der saft den Operator. Magic! Der saft den Operator. Ja. Lade nach! Doch! Die können alles machen. Jeder von uns hat ein Herz aus Gold. Okay. Ich brauche das, danke sehr. Lade nach! Die können wir das Oper hier mal, und wenn ich da noch einen Kill bekomme, können wir mal Sand machen. Ich will hier halt rum sein. Mach einfach hier und hier ne Smoke, ich mach hier ne Smoke. Also mach du den beiden rechten, ich mach die beiden linken ne Smoke. Platziere Pump. Versperre die Sicht! Smoke kommt. Ist halt bei uns ja auch gesmoked. Aha. Wow. Ich hab ja die Bombe, ich bin dumm. Jetzt tue ich ihnen. Blockiere die Sicht! Verschleuer! Verschleuerung! Wie jemand den Funken? Ja, es kommt weg rein. Lass uns B gehen, oder? Robotsumi! Jetzt B. 83. Hier kann ja niemand sein, ne? Noch nicht. Aber jetzt sollten sie langsam kommen. Die Würfe waren jetzt nicht so geil. Spawn ist einer. Okay, dann regelt das hoffentlich. Halt's auf! Sie geblendet! Mich kriecht! Einer Spawn einer hinten. Nein! Bei dir! Nein! Wie können die denn geblendet beide auf mich schießen? Seitenwechsel! Das wird schwierig. Oh ja. Geschützturm steck! Ich stell mich mit ner Schoddy in die Smoke. Alarm bot steck! Das wird ganz und gar nicht gut ausgehen. Platziere Nano Schwarm! Geflendet! B. Neon ist Mitte. Sag, wenn ich ganz hinwoll. Kommt jetzt hoch! Zwei! Einer Elbow! Oh! Smash! Oh, zwei! Neon war Mitte! Neon war Mitte! Elbow war die! Elbow war die, meinte ich. Bleib defensiv! Oh, defensiv, dann gehe ich in die Richtung. So. Ich gehe bei uns im Spawn. Okay! Wer hat's nicht dabei! Waffe hier! Waffe hier! Waffe hier! Umgeben von meinen Freunden! Wir gewinnen! Das wär schön! Full Buy! Die werden bestimmt auch kaufen! Jo! Geschützturm steht! Hm! Alarm-Bot steht! Platziere Nano Schwarm! Wuhuuu! Los geht's! Steps hier! Einer ist Double-Dot durch! Einer Double-Dot durch! Ups! Von Mitte! Von Mitte! Von Mitte! Warum guckt denn keiner auf? Robo zu mir! Einer Spawn! Einer mit der... Ähm... A meine ich! Nicht wieder aufstehen! Ein Gegner übrig! Letzter kam von Main! Spike in der Mitte! Von Mitte! Sorry! Ist schon drauf von Pyramiden! Letzter! He! Spike bei A gesichtet! Platziere Nano Schwarm! Ist auch irgendwo? Den nehme ich wieder mit! Boah! Die falsche Taste! Alter Spike liegt noch hinten! Der muss halt nicht an der linken Pyramide sein! Platziere Pfund! Ja! Gut! Nice! Fertig gemacht! Nano Schwarm raus! Hatten die Boss! Aris! Ich bin heiß! Nein! Das ist in einer Classic gemacht! Will wir die Aris haben? Ich! Ist doch cool! Der Chris ist Aris Reil geworden! So ich guck jetzt Mitte! Also ich guck von A Mitte meine ich! Redekoni! Aber was nehme ich? Aris! Platziere Alarmbot! Wo guckst du Flo? Ich weiß es wirklich! Aber wenn du ja links so runter guckst, dann brauche ich ja gar nicht gucken! Dann gucke ich der Alarmbot! Das ist wunderbar! Wer die Prefiren hier rein, obwohl hier nie einer geguckt hat! Zwei ist in Mitte! Sauge! Nanos Barm raus! Platziere Nanos Barm raus! Platziere Nanos Barm raus! Platziere Nanos Barm! Hier ist auch wer gewesen! Nanos Barm raus! Oh! 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 Hanzo und beide waren bitte zuletzt! Hanzo und beide waren bitte zuletzt! Hanzos Hälfte! Spike platziert! Bei der Wallstorm! Bei der Wallstorm! Keine Ladung mehr! Letzter lebender Verbündeter! Rechts im Tunnel! Und ich glaube wahrscheinlich zurückgegangen! Ein Gegner übrig! Oder hinten! Das war auf jeden Fall der Planter! Oh! Der hat Hälfte! Ich habe ihn auch einmal getroffen! Nice! Der Pups muss noch raus! Knapp! Was würdet ihr nur ohne mich tun? Lynch Jace! Du machst sie plush! Ich habe mich ja gestern als erstes Mal richtig in Phasmuch Phobia vor dem Monster erschreckt! Ui! Du hast gestern Phasmuch oder so? Ja! Ein paar Freunde von mir haben sich das jetzt auch geholt! Gute Leute! Fehlt gespielt! Haben alle in einem kleinen Raum! Wir haben eine Spieluhr gefunden! Ich habe denen erklärt was passiert! Und was man da machen soll! Ich war eigentlich nur mitten am Erklären! Auf einmal zündet der die Spielstuhe und der steht direkt vor mir! Ich habe übelst ein Herzinfarkt bekommen! Hm! Mitte! Die kommen ja in die Mitte damit! Spike bitte! Spike in Mitte! Ein Gegner übrig! Hu! Der muss mir aber auch wieder direkt einen Headshot geben ey! Wie gute Arbeit! Super Leute! Warum spielen wir eigentlich 2B? Funktioniert die Technik noch bei allen? Schaut doch bitte mal kurz! Funktioniert es auch? Ja der Push A grad war aber risky ne? Die hätten aber noch Main kommen müssen! Ja soll dann schaue ich hier B Bogen jetzt! Weil wir haben eine A Dings die wir nicht abdecken gerade! Jaja! Ja aber so haben wir alles! So haben wir alles! Nein dann Gister lass mich äh unten Mitte durch gucken! Dann guck du Elbow oder so! visão und Ehre! Wand auf A! Macht ihr nur smoke da? High of A! Ja selbst auf A! Ok Dann sind wir hier auch! Äh.. Äh da wird doch durch! Da wird doch durch! Mitte kommt! Zeitverdürich! Zeitverdürich! Spike platziert! Ja fuck das ist normal Bad! Einer ist, äh, Kiste hier, die neue Kiste Oh, der ist hier vorne bei mir, bei mir Bei der Kiste Wie, da hab ich denn keine Reaktion Auf die Spur Nee, die durchgezogen Die hat durchziehen sollen Ult, ult, ult Jetzt geht die Fahrt ab, ich bin echt angepischt Neeein Einfach durchziehen sollen Das hast du wohl leider recht Sind meine Leute bereit? Ihr müsst unbedingt ruhiger werden Wie konnte die denn da weglaufen? Die kann einfach so gut, dann ist die... Flash, ey Ich hab's, äh, Hälfte Können wir noch? Ja Platziere Alarmbot Platziere Nanospat Platziere Nanospat Jetzt müssen wir dann nochmal durchkaufen Ey, ich mach schonmal hier Jo Ey, ich kann A Gang nicht machen, sondern Sammelt alleine lassen, das passt, das geht nicht Ich bin fuckt in der Mitte Ich bin fuckt in der Mitte Äh Hier bei B Mitte, Mitte Ja, die pushen hier ziemlich hart Platziere Nanospat Ja, das ist Ganz viel, ganz viel Mitte Geschützturm zerstört Ich hab's gesehen, ich kenn das Problem mit der Phantom Goodbye Bot und Elbow, also Tunnel Ein Tunnel Mitte, Mitte war der Ja, Mitte Tunnel meint Ja Oh, nice Mitte war der Der ist aber, glaub ich, der kommt von die, äh, hier, hier, hier Main Nanospat raus Ja Ja, da ist er, da ist er Da ist er Hey, Boxsmoke Wir haben da auf den Spike, oder? Ja Ne Bei Bartelinger Noch 30 Sekunden Wir haben den nicht Ne Wir haben den nicht Du wach, rüber gehen, einer Ja, ich geh grad Der kann schon durch sein, Karin Nein So schnell ist der Doch Dann geh ich auf A Ja, der ist schon im Cave Noch 10 Sekunden Der ist schon drauf Und der gibt mir noch einen mit Supi Ich hasse die Fähentinnen auf Distanz Ja, eh auch Ne Sag mir, wo ich hin soll Sorry Jess, ich hab durch die Wand nichts gesehen Ja, ich hab, äh Ich geb einen aus Ich wär eh gestorben Entweder von der einen Seite oder von der anderen Weder gehen die ersten Fähentimschüsse in den Kopf rein, oder Und trifft dann nichts mehr auf Alles daneben, ja, ich muss mehr abbrechen Hab ich versucht, aber da auch nicht getroffen Ich hab ne Wand, theoretisch Ich hab ne Wand, theoretisch Der Sofa ist gar nicht mehr so gut Das ist der Breach, der so arschig ist Hohoho Wand auf A Mitte Abbau Als ob er den Headshot gibt Mitte einer Die Wand ist doch eher gegen die, oder? Ach ne, schon gut Ach, ach, hier ist ne Viper Wand Ich geh mal rüber Ich geh mal rüber Einer schon links durch an der Pyramide Pass auf, links, 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 links Ja, ich war doch weg Ach, das war woanders Nice Nice Huuuuh Bin ich, bin ich, bin ich Nice Ace Ace, Ace, Ace Der war halt Mitte zuletzt, aber da kann halt überall sein Der war heute Der war heute Nice Schlauen einfach das, ey Es war aus, es war aus Versehen jetzt Es ist die Fuse Ja, ich hab schon, ich hab schon, nice Ja, es ist Heute ist nicht mein Tag Heute ist nicht mein Tag Heute ist nicht mein Tag Na 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 Geschützturm steht Ich guck mal jetzt, A-Gang, ich hab da so ne Vermutung Soll ich die wegsmoken, wenn du wen da siehst damit? Ja Ja, im Cave hab ich smokes drin Ach, hast du, okay Einer ist hier Ich hör hier schri... Flo, du musst gleich saugen Wenn ich... Ja, sag, 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 sag Ich mach mal so ne Smoke einfach nur um Zeit zu shinden auf B Kein Entkommen Saugen! Fuck! Scheiße, die sind durch Nice Ich hab glaub ich wen gestunnt Gegner Ach, wie schuldig Die sind da noch zu Zwei Ja Breach ist hinten Im Elbow Die hauen ab, die Ich glaub, ich hab's selbst gehört Dings hier Elbow In Mitte Ah, perfekt, damit Gebetet Spike? Ja, ja, Spike ist Bei der Waffe Also solange er nicht in der Smoke ist Noch 30 Sekunden Mitte oder A Mitte oder A Dann war da vielleicht Armeen Dann war da vielleicht Armeen Durch den Smoke Hat keine Zeit Hat keine Zeit Hat keine Zeit Noch 10 Sekunden Warte einfach, Chris, warte 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 einfach, Chris, warte Sorry Ja, ich hätte die Zeit nicht aufgemessen Naja, wir über so als gar nicht, ne? Wir können trotzdem nicht kaufen Ich war zum Beispiel sehr im Modus geistig Die Na wagen Was haben wir, du hast so viel Geld Geschützturm steht Kauf mal dem Abfall was Gutes Platziere Alarmbot Geschzie Schlosser links oder rechts, Flo? Ah, unten durch Wand auf AB Ah, sorry Naja Auch Ich kann auch ne Wand machen, wenn ihr das wollt Mindestens zwei hier Ja, der war grad B Ne? Zwei A Soll ich Wand machen? Jaja, dann eine A Dann geht meiner von euch rüber Ich hab deine Smoke erneuert auf A Ich geh, ich geh Hä? Oben drin Was? Oben Gangen Nice Hat der dich verfehlt von hinten? Ja, der hat Noch einer oben drin, die haben einen Operator ja Die haben einen Operator ja Ja, der war Gang gegangen Wer ist denn? Du guckst oben? Okay Einer Mitte, einer Tube oben Middle Ich guck Mitte Hat meine Waffe jetzt? Ja, unten Operator haben die B Komm auf B Oder? Steppen auf jeden Fall in der Mitte da rum Auf unserem Sniper Posten Das war dumm, sorry Komm B B, beide, beide, beide Noch 30 Sekunden Ah, der ist so low Der war Boah 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 Ich hasse es Bei der Seite, einer plantet einen Hals bei der Wand rechts Spike platziert Einer ist hinten weg Sie macht Lineups Warum hol ich das Messer raus? Weiß ich nicht Die Viper macht Lineups Hat's noch nicht sailt Oh doch nicht, siehst du, Schnellbord Man Oh Gott, wir haben Geld zum Glück Scheiß auf diese Fuck, fick Phantom Wendel jetzt wieder Platziere Turm Platziere Turm Alarm Bot steht Alarm Bot steht Ah Ja Er dascht, äh, Ulti auf A Aus den Latschen gehauen Auf Ego kommt zurück Seht genau hin Lass sie planten, Sonne 140 Äh, Cypher Mitte Lass mich ulten von dem Gang aus Dann können wir zurück Wir sind schon auch Ja, lass sie planen Spike platziert Oh, dann kann ich vom Gang hier ulten Oh Gott Wir müssen alle hinten sein Ja, ne? Platziere Nanoschwan Bis dann Nanoschwan raus Ich flashe Ich flashe Was ist hier? Sie macht mich no scope Ich... Was in mein Leben Tschüss Ich werde mich töten Letzter Leben der Verbündeter Er holt mich What? Wie kann man das so toll? Wie kann man das so toll? Dann war das cool gespielt Breach ist trotzdem scheiße Ich hasse Breach Ich hasse Nieren Und Breach Silber Ist das ne 2 oder ne 3? 2 Silber 1 Lel Lel Wider floh Wider floh